Hallo Leute, ich bin Quermi und heute werden wir mit meinen zwei Freunden Build Battle spielen. Ja, also, ja, jetzt werden wir also die Themen bekommen und dann werden wir halt in 15 Minuten das bauen. Ja, richtig gesagt. Hey, like, abonniert, wenn nicht, dann mach schnell, okay, tschüss. Okay, wer wird als erstes das machen? Okay, also, das ist das Thema und, ja, okay, also, dieser Typ hat keine, ah, die beiden haben keine Niko, okay. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir beginnen. Okay, äh, jetzt können wir zu bauen beginnen. Und, ja, wir haben wenig Platz, nur ein Chunk, also. Ja, muss das Ganze nicht zu kurz sein. Ja, ich kann auch nicht bauen, deswegen, ja, das Ganze jetzt nicht so perfekt aussehen. Okay. Das Ganze nochmal. So. Ja, ich glaube wir sollten eigentlich die Felder ein bisschen größer machen, weil das reicht echt nicht aus. Aber ja, wir haben das schon mal so gemacht, deswegen kann man jetzt nichts machen. Dann machen wir das vielleicht und dann noch so, perfekt. Okay, vielleicht sollte ich das auch irgendwie verwenden. Okay, ganz neu. Dann braucht ihr noch Augen. Und ich habe schon eine gute Idee, wie ich das machen kann. Dann das zweite Mal. So ein Augen. Okay, wir haben noch 10 Minuten. Okay, das könnten wir noch machen. Vielleicht das Ganze, ja, den Boden auf Sand wächeln. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel Zeit gegeben für eigentlich so kleine Sachen. 15 Minuten anbauen. Aber, ähm, ja, ist halt so. Vielleicht machen die anderen etwas viel besseres. Ja, ich glaube das ist jetzt so. So, was könnte man noch machen. Vielleicht... Ich meine Idee, man könnte eine Palme machen. Also, wenn die Palme einfach so liegt. Also, die nehmen wir vielleicht lieber. Das. Hier. Und dann so. Ich soll es mal eine Palme machen. Ganz normal vielleicht so. 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 So eine Palme haben wir hier auch, dann hier Wasser, das ist sicher gut, weiß ich nicht Ich weiß nicht was ich noch machen soll, ja, ich würde sagen, ich warte jetzt einfach, so, ok, ich würde sagen, wir schauen jetzt das Ganze an, also beginnen wir mit dem ersten Ding von Alex, ok, ich habe eine Idee gehabt, wir können jetzt also zum Beispiel ich und Louis bei Alex und dann du und Alex bei mir und dann ich und Alex bei dir das, also von 1 bis 5 Punkte geben, also 1 bis 5 Punkte, warte ähm, hallo, ich bin tot, kass mhm ok, also oh oh mein Gott ok, wie funktioniert das ok, also wie wird das war ein Spockhaus also von 1 bis 5 ok, dann gehen wir zu meinem Ding, zu meinem Krokodil ok, also 5,5, das ist die beste 3, okay Okay, gehen wir zu Louis Ding Okay, was war das? Das war Candy Okay Also Ich gebe dafür Ich gebe dafür 2,5 2,5 Also ich hätte es da einen Lollipop gemacht Könnte man es viel leichter kennen Also Louis hat 3,5 Ich habe Ich habe 8 Und Alexander hat 8,5 Also ist er der Gewinner Gratuliere Ja Leute, das war's schon mit dem Video Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ihr mehr Bild battlen wollt Dann schreibt es in die Kommentare Und ja Bis zum nächsten Mal Ich bin Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020